und wieder ein kurzes handy video so lauf ich um hier sieht man gerade die königin sogar auf der umlauf habe die noch 45 eine zucht reinzucht königin und hier haben wir die laufen verschiedene larven stadien und dann klemm ich hier meine zucht latte ein rämchen ein und ich laufe direkt auf der beute um also suchen wir uns mal eine schöne larven hier sind eier hier sind die ersten larven rund maden und dann lege ich das da rein fertig so jetzt weiter